Wir sind heute in Sölle in der Wohnanlage Wetter und Baul und ich darf euch hier eine sehr schöne Vier-Zimmer-Eigentumswohnung vorstellen. Das Tolle ist hier, wir sehen, es ist jetzt schon knapp halb vier nachmittags und trotzdem haben wir sehr hell und lichtdurchflutet. Also das Tolle ist, die Sonne kommt da genau über den Berg und wir haben im Dorf noch Sonne. Starten wir mal hier. Wir haben einen großzügigen Wohn-Koch-Ess-Bereich. Also da haben wir wirklich viel Platz und Schwung. Viel toller kann man es nicht haben. Schöner Holzboden. Wie gesagt, die Wohnanlage ist von der Firma Zimmer Unterberge gebaut worden, hochwertig gebaut. Also bleibt kein Mundsch offen. Da haben wir jetzt mein Schlafzimmer Nummer eins. Da kommen wir auf den Balkon dann raus, Schlafzimmer Nummer zwei. Da ist das Tolle, dass wir direkt auf die Terrasse rauskommen. Also da haben wir eine Breite von zwei Metern. Die ist natürlich schon toll. Speziell Juli, August ist das sehr angenehm hier, weil wir es da nicht heiß haben. Ganz gemütlich zum Sitzen. Ein Schattenplatz, wo man sich dann freut. Da schauen wir Hauspaul rüber. Aber wie gesagt, da haben wir es absolut ruhig hier. Also das war Schlafzimmer zwei. Und das Tolle ist, wir haben hier zwei Badezimmer. Badezimmer eins mit Duschen, WC. Fenster natürlich zum Lüften. Und nochmal zweites Badezimmer mit Badewanne. WC. Waschtisch. Und dort auch die waschliche Platze. Also hat man toll gelöst, wie man heute eine Familie ist. Mit zwei Kindern hat jeder sein Schlafzimmer und die Jugend ein eigenes Badezimmer, wo es natürlich auch immer Sinn macht. Genau. Ja, wie gesagt, Eingangsbereich. Und da geht es dann zu den drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern. Dann hat man praktisch einmal Terrasse und hier kommen wir dann, also da wird dann die Küche geplant. Auf Wunsch wird die Küche noch eingebaut. Und hier haben wir dann eine großzügige Terrasse. Und, ich glaube, ich habe euch nicht viel versprochen, wir haben es sehr sonnig. Also das ist schon toll gelöst worden. Genau. Das ist eine schöne Breite. Also da haben wir schon großzügig Platz und einen traumhaften Ausblick auf die hohe Salphonson-Hausberg. Wir haben den Endpreis nicht weit weg. Alles ist fußläufig gleich erreichbar. Ja, dann schauen wir nochmal rein. Also wie gesagt, da haben wir wirklich einen wahnsinnig großzügigen Wohn-Koch-Essbereich. Schöne Aufteilung. Ja, weiters gehören dann ein Autotiefgaragen- Parkplatz und ein großzügiger Kellerabteil zu dieser Wohnung. Da haben wir noch Speise dann, was auch toll ist. Und, genau, haben wir auch Platz oder Abstellerraum, wie auch immer. Ja, wenn wir Interesse zu dieser tollen Vier-Zimmer-Eigentumswohnung im Herzen von Söll, in sehr zentraler, sonniger Lage, wie Sie es jetzt geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail. Vielen Dank. Vielen Dank.